Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Im Winter kehrt ja ein Spieler zu uns zurück, den glaube ich viele gar nicht mehr so wirklich auf dem Zettel haben, Nassim Boujelab. In der vorgegangenen Saison war er ja zu Ingolstadt ausgeliehen, ist dort aber rausgeflogen. Daraufhin ging es zu HJK Helsinki, man hat eine erfolgreiche Saison gespielt und nun ist er eben vor der Rückkehr, denn seine Laie endet am Ende des Jahres. Er selber möchte ja sehr, sehr gerne mit Schalke um den Knastner halt kämpfen. Laut der Watz hofft auch Boujelab auf eine neue Chance unter Thomas Reis. Aber diese wird es möglicherweise gar nicht geben, denn Schalke plant wohl auch in der Rückrunde ohne Nassim Boujelab. Denn wie die Watz berichtet, soll unser Eigengewächs im Januar auf jeden Fall gehen und das endgültig. Sprich, man will ihn auf jeden Fall verkaufen. Und ich denke mal, das ist durchaus von Vereinsseite logischerweise in Betracht zu ziehen. Denn auch in Finnland war jetzt Boujelab nicht der Spieler, der ein Überspieler, wo man jetzt denken würde, jo, den brauchst du im Kampf gegen den Klassenerhalt. Natürlich, er ist Schalker durch und durch. Vielleicht kriegt er auch erstmal eine Chance, nach Vorbereitung sich zu zeigen. Aber ein endgültiger Abgang ist eben auch, und das ist für mich logisch, das realistische Szenario. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.